Putin muss warten. Und das ist er ganz offensichtlich nicht gewohnt. Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Teheran soll es um Getreidetransporte aus der kriegsgeplagten Ukraine gehen. Dann tritt der Russen-Diktator vor die Presse. Eigentlich sollte auch Erdogan folgen, doch Pustekuchen. Dieser lässt Putin einfach stehen für ganze 50 Sekunden. Der 69-Jährige findet die Situation sichtlich unangenehm. Das zeigt vor allem seine Mimik. Sekundenlang lutscht er an seinen Lippen und Wangen rum, tippelt von einem Bein auf das andere und die Kameras halten voll drauf. Bis dann endlich auch der türkische Präsident sich zu ihm gesellt und Putin schon fast erleichtert wirkt.